Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich möchte euch heute mal ein paar Tipps und Tricks mitgeben, wie man von zu Hause aus produktiver und effizienter arbeiten kann, gerade jetzt bezogen auf Homeschooling, Online-Uni oder auch Homeoffice. Ich weiß, dass viele damit große Schwierigkeiten haben, von zu Hause aus zu arbeiten, ohne eben einen von außen vorgegebenen strikten Zeitrahmen zu haben und dass sie eben dann oft prokrastinieren, viel, viel länger für Sachen brauchen und irgendwie einfach nicht so produktiv sind, wie beispielsweise in der Schule, in der Uni oder am Arbeitsplatz. Und da ich schon seit einer ganzen Weile komplett von zu Hause aus arbeite als selbstständige Content-Creatorin und Fotografin, habe ich mir da über die Zeit so ein paar Dinge angeeignet, wie man eben wirklich von zu Hause auch komplett produktiv arbeiten kann und nicht prokrastiniert und einfach Sachen fertig kriegt. Und die teile ich heute mit euch. Der erste Tipp ist, wer hätte es gedacht, früher aufstehen. Ich weiß, dass es sehr verlockend ist, wenn man morgens keine festgelegten Termine hat, also auch keine Zoom-Konferenzen und so weiter, wirklich komplett auszuschlafen bis um 10 oder so und dann erst anzufangen mit seiner Arbeit. Das Problem ist, dass die meisten Menschen oder ich sage mal viele Menschen morgens einfach produktiver sind und dass diese Zeit zwischen Aufstehen und Mittagessen sehr, sehr wertvoll ist und dass man da irgendwie noch auch so in dieser Laune ist, okay, ich habe jetzt diesen Tag gerade erst gestartet und ich versuche gerade hier am meisten rauszuholen. Ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die gerade abends sehr produktiv sind, aber das Ding ist, man muss ja auch nicht um 6 aufstehen. Das verlangt ja auch keiner im Homeoffice, also außer natürlich, man hat da vorgegebene Termine, vorgegebene Zoom-Calls und so. Aber ich finde, wenn man sich so ein gutes Mittelmaß, in so ein gutes Mittelmaß einpendelt, beispielsweise ich versuche jetzt aktuell zwischen um 7 und um 8 aufzustehen, das ist jetzt nicht super früh, aber es ist so früh, dass man wirklich dann noch so ein paar Stunden hat, bis es dann so 14 Uhr ist, wo man dann auch wirklich in dieses erste Tief so ein bisschen reinkommt. Dann ist es auch wichtig, dass man sich in dieser Zeit, wo man sich persönlich eben am produktivsten fühlt, wie gesagt, für mich und ich glaube auch für viele andere Menschen ist es eben der Morgen, für einige Nachtäulen ist es natürlich dann der Abend, dass man sich in dieser Zeit auch wirklich auf die Focuswork konzentriert, also beispielsweise auf die Hausarbeit, die man schreiben muss oder auf das Lernen, was man eben machen muss oder eben irgendein wichtiges, größeres Projekt, was man für die Sache, an der man eben gerade arbeitet, wirklich macht und dass man nicht diese wertvolle Zeit, wo man wirklich so leistungsstark ist, verstopft mit irgendwelchen Aufgaben, wie Müll runterbringen oder weiß ich nicht, andere Sachen, die einfach zu jeder anderen beliebigen Zeit gemacht werden können, sondern dass man sich wirklich diese Zeit nimmt und sagt, okay, jetzt arbeite ich wirklich nur an den High-Priority-Sachen und an den Sachen, die viel Aufmerksamkeit von mir erfordern. Der nächste Tipp bezieht sich auf das sogenannte Parkinson's Law, von dem habe ich erst vor kurzem erfahren, aber ich muss sagen, dass diese Erkenntnis für mich persönlich sehr wertvoll gewesen ist, deswegen lese ich euch das mal vor und zwar besagt das Gesetz, Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht und das bedeutet quasi übersetzt, wenn du dir für eine Aufgabe zwei Stunden Zeit nimmst, dann wirst du auch zwei Stunden dafür brauchen. Wenn du aber sagst, ich nehme mir dafür jetzt nur eine oder nur eine halbe Stunde Zeit, dann wirst du einfach innerlich so viel schneller arbeiten, dass du einfach auch nur eine halbe Stunde dafür brauchst. Ein gutes Beispiel dafür ist, ich glaube, das hat jeder von euch schon mal irgendwie erlebt, dass man morgens vielleicht verschlafen hat, der Wecker zu spät geklingelt hat oder man ihn nicht gehört hat und man dann auf einmal viel weniger Zeit hat, um sich morgens fertig zu machen als sonst und man komischerweise trotzdem alles in dieser Zeit schafft, also vielleicht bis auf ein paar kleine Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen schafft man trotzdem alles, obwohl man sich sonst viel länger Zeit dafür eingeplant hat und normalerweise hat man aber auch genau die Zeit gebraucht zwischen Wecker klingelt und ich mache mich auf den Weg zur Arbeit, zur Uni oder sonst wohin, um sich eben fertig zu machen. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass man sich auch für Aufgaben, die eigentlich kein Zeitlimit haben, Zeitlimit setzen sollte, die natürlich realistisch auch erreichbar sind, aber nicht irgendwie sich da super viel Zeit dafür geben sollte. Das mache ich aktuell auch so mit meinen Videos. Also normalerweise drehe ich die ja wirklich ein paar Tage im Voraus und oftmals ist es dann so gewesen, dass ich dann an einem Tag nur das Video gedreht habe, dann am nächsten Tag ein paar Stunden geschnitten habe und dann am übernächsten Tag halt den Final Cut quasi gemacht habe und dann das Video hochgeladen habe und so hat sich das irgendwie angefühlt, als ob ich drei Tage an dem Video arbeite, also so die kompletten Tage, aber eigentlich waren es ja immer nur so ein paar Stunden beziehungsweise eine Stunde Video drehen oder eine halbe und ich mache es jetzt immer so, dass ich das wirklich versuche, in einem Rutsch fertig zu machen und mir dann auch spezielle Zeitlimits setze, dass ich sage, okay, wenn ich morgens anfange, um 11 Uhr ein Video zu drehen, dann möchte ich 15 Uhr komplett mit dem Video fertig sein und dadurch habe ich wirklich auch so viel mehr Ansporn, da irgendwie auch Gas zu geben und das in dieser Zeit auch fertig zu kriegen und natürlich, wenn man etwas schneller fertig kriegt, hat man mehr Zeit für andere Sachen, die man auch wieder erledigen kann und ist dementsprechend natürlich auch produktiver. Mein nächster Tipp, um produktiver zu sein, ist es, Leerlaufzeiten zu nutzen. Wir haben am Tag wirklich einige Pausen, die gar nicht so von großer Dauer sind, aber einfach verlorene Zeit sind, wenn wir in dieser Zeit halt nichts Sinnvolles machen. Zum Beispiel, wenn ich Sport mache, ich mache ja Kraftsport, habe ich zwischen jedem Satz, also zwischen jeder Folge an so und so viel Wiederholung in einer Übung, mache ich ungefähr ein bis zwei Minuten Pause. Und bei meinem ganzen Training sind das ungefähr 40 Minuten. Das habe ich letztens erst mal realisiert, dass ja die meiste Zeit meines Trainings gar nicht aus Training besteht, sondern aus Pause. Und ich habe bis vor einiger Zeit diese Satzpausen wirklich nur am Handy verbracht, habe durch Instagram durchgescrollt und habe halt einfach quasi gewartet, dass die Zeit rumgeht, aber das ist ja eigentlich vollkommener Quatsch. Und jetzt mache ich das immer so, dass ich mir genau für solche kleinen Pausen bewusst Aufgaben suche, die halt einfach nicht lange dauern. Zum Beispiel Mails beantworten, Nachrichten beantworten, Kommentare lesen, beantworten oder halt irgendwelche Bestellungen aufgeben, die ich noch machen muss oder sowas. Dass man sowas halt einfach wirklich da reinschiebt und diese Aufgaben dann wiederum natürlich auch zu keinem anderen Zeitpunkt machen muss und vor allem nicht zu irgendeinem Zeitpunkt, wo man eigentlich genug mit anderen Dingen zu tun hat. Und selbst wenn ihr beispielsweise jetzt keinen Kraftsport betreibt und da keine Satzpausen habt oder so, bin ich mir sehr sicher, dass ihr am Tag immer mal einfach Pausen habt, wo ihr eigentlich gar nichts Produktives macht, aber machen könntet. Zum Beispiel auch wenn man, also jetzt gerade aktuell sicherlich nicht, aber wenn man sonst zur Uni oder zur Schule oder zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, hat man ja wahrscheinlich zehn Minuten bis eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, die man oftmals, also ich habe das zumindest früher immer so gemacht, einfach nur mit Musik hören verbringt. Und das ist ja eigentlich auch quasi als Klasse schön, Musik zu hören, aber eigentlich könnte man in der Zeit ja etwas viel Sinnvolleres machen. Man könnte auch Mails schreiben, man könnte Sachen wiederholen, Lernstoff wiederholen oder man könnte einen sinnvollen Podcast anhören, der einen auch Mindset-mäßig zum Beispiel weiterbringt. Und ihr müsst einfach ein bisschen schauen, dass ihr diese Phasen, wo ihr wirklich nichts macht so richtig oder auch zum Beispiel wenn man Nudeln kocht und einfach zum Beispiel nur daneben steht und aufpasst, dass nichts überkocht, könnte man auch nebenbei irgendwas Kleines machen, einfach damit diese kleinen Leerlaufzeiten nicht verloren gehen, denn über den Tag summieren die sich auch und es ist dann sicherlich teilweise bis eine Stunde an kleinen Pausen, die man eventuell nicht genutzt hat. Tipp Nummer vier bezieht sich auf das Zitat Perfectionism kills Productivity. Und jeder von euch, der auch zu Perfektionismus neigt, kennt sicherlich das Problem, dass man eigentlich schon fertig ist mit dem Projekt, mit der Aufgabe, aber dann wirklich teilweise ewig lange noch so diesen letzten Schliff macht und es dann am Ende doppelt so lange dauert, einfach weil man so lange quasi noch rum dran rumgefeilt hat, bis eben die Sache dann komplett perfekt war. Beispielsweise wenn es jetzt um eine Hausarbeit geht oder um irgendwelche anderen Sachen. Bei mir ist es auf jeden Fall immer der Videoschnitt oder Videodreh, dass ich da teilweise so lange noch irgendwas ändere und hier gefällt mir noch was nicht und da muss es noch einen Millimeter weiter woanders hin. Eine Sache, die mir da immer total hilft, ist, dass ich mir wirklich nach dem Parkinson's Law eben eine Zeitspannung vorgebe, in der ich die Sache erstmal komplett fertig kriegen will und da erstmal noch nicht so sehr darauf achte, dass eben alles komplett zu meiner Zufriedenstellung ist und dass ich mir danach eben nochmal einen kleineren Zeitabschnitt nehme, aber wirklich auch vorgegeben, zum Beispiel bei meinen Videos jetzt eine halbe Stunde oder so, also das klingt jetzt wahrscheinlich auch viel, aber für mich ist das eigentlich sonst wenig und wirklich in dieser halben Stunde nur Zeit habe, nochmal Sachen zu korrigieren und wenn die Zeit dann vorbei ist, dann ist sie vorbei und dann muss ich quasi dann damit leben und das ist halt auch so eine Methode, wie man überhaupt so Perfektionismus auch ein bisschen kurieren kann und auch ein bisschen lernen kann, mit Sachen zufrieden zu sein, auch wenn sie nicht perfekt sind, was natürlich auch in allen anderen Bereichen des Lebens, die jetzt nicht nur mit Produktivität zu tun haben, sinnvoll ist. Meine letzten Tipp habt ihr sicherlich auch schon öfter gehört, aber man muss sich, glaube ich, nochmal ein bisschen vor Augen führen, was es eigentlich bedeutet und zwar Prioritäten setzen. Man beschäftigt sich ganz häufig mit Aktivitäten, die eigentlich in dem Moment gar keine hohe Priorität haben und eigentlich auch eventuell gar kein Zeitlimit haben oder das Zeitlimit noch sehr weit in der Zukunft liegt, nur weil uns diese Aktivitäten eventuell leichter fallen oder besser gefallen als Sachen, die vielleicht wichtiger sind und wo das Zeitlimit auch sehr nah in der Zukunft liegt. Also sprich das klassische Prokrastinieren, man schaut zum Beispiel eine Serie oder kocht oder plant vielleicht auch irgendwas, ihr müsst ja wissen, planen an sich ist auch keine produktive Aktivität so richtig, weil man da ja eigentlich nur den Rahmen setzt und ich weiß, dass es sich immer produktiv anfühlt zu planen, aber wichtiger ist dann auch anzufangen, die Pläne umzusetzen. Und besonders in stressigen Phasen, zum Beispiel Prüfungsphasen, Klausurenphasen, ist es wichtig, dass man sich mal wirklich überlegt, was ist denn jetzt eigentlich hier am essentiellsten, was muss ich wirklich jetzt unbedingt machen und welche Sachen sind nicht so wichtig, welche Sachen kann ich hinten anstellen. Dabei ist es vor allem auch wichtig, zeitfressende Aktivitäten zu minimieren, also Dinge, die zwar notwendig sind, aber die einfach viel Zeit fressen und die man wesentlich weniger zeitintensiv gestalten kann. Zum Beispiel könnte man vorkochen, vor Prüfungsphasen könnte man sich immer an einem Tag in der Woche hinstellen und sagen, okay, ich möchte jetzt für die ganze Woche Meal preppen und dann hat man zum Beispiel das Abendessen und das Mittagessen schon in Dosen abgepackt, braucht sich das nur warm machen, die Mikrowelle läuft im Hintergrund und man hat dann einfach nicht jedes Mal diese Zeit verschwendet, die man fürs Kochen braucht. Außerdem hat man beim Vorkochen ja dann auch weniger Abwasch, den man dann eben vielleicht nicht jeden Tag machen muss, sondern nur jeden zweiten Tag. Und das ist eben auch wieder wertvolle Zeit, die du eben dann nutzen kannst, um sie in das wichtige Projekt, was gerade so eine hohe Priorität bei dir hat, reinzustecken. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Sachen, die man minimieren kann. Ich habe beispielsweise in den akuten Prüfungsvorbereitungswochen, also wirklich den ein, zwei Wochen um die Prüfungen rum, glaube ich, nicht die Wohnung geputzt und auch nicht irgendwie Wäsche gewaschen oder irgendwas Haushaltsmäßiges großartig gemacht. Klar sieht es dann halt mal für zwei Wochen aus wie Sau in der Wohnung, aber ganz ehrlich, das ist ja dann auch nicht so schlimm und man kann ja dann einfach, wenn die Prüfungen vorbei sind, jetzt bezogen auf Prüfungen oder eben die abgegebene Bachelorarbeit oder so, wenn das alles durch ist, kann man ja dann einmal einen Großputz machen oder vielleicht erst mal drei Maschinen Wäsche waschen. Das ist ja alles kein Problem. Aber ihr müsst da wirklich mal so ein bisschen überlegen, was sind Aktivitäten, die ich mache, die ich vielleicht irgendwie effizienter gestalten kann, wo ich was vorbereiten kann, sodass ich eben in der Zeit, wo ich schon weiß, dass ich halt super gestresst sein werde, nicht so viel Energie reinsetzen muss. So, das waren jetzt fünf meiner Tipps und Tricks, wie man von zu Hause aus effektiver und produktiver arbeiten kann. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar andere Strategien und ja, einfach Angewohnheiten auf Lage, die ich gerne noch mit euch teilen kann, wenn ihr das möchtet. Also schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr einfach noch weitere Tipps braucht, noch weitere Inspirationen braucht, wie man eben von zu Hause aus wirklich Sachen fertig kriegt. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass auch dieses Video jetzt schon hilfreich für euch war. Ihr könnt mir das gerne mit einem Daumen nach oben markieren, wenn euch das Video gefallen und geholfen hat. Ansonsten wünsche ich euch wie immer noch eine tolle Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.